ja hallo 23 10 es ist montag genau 23 10 ende oktober es wird echt kalte ja also heizung muss auf jeden fall an sein vor allem wenn man so eine erkältung hatte wie ich den letzten beiden wochen da ist das sicherlich ratsam da nicht so sparsam schon umzugehen mit der wärme das führt dazu dass es nicht besser wird mit erkältung oje 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 aber kälte ist ein super beispiel nämlich zu dem was ich jetzt am wochenende gelesen habe und wo ich echt hier wie immer bei mir kälte unsere zukünftige regierung die regierung der selbstständigen und reichen anders kann man es ja gar nicht ich wollte schon super reichen sagen aber vor allen dingen der selbstständigen und reichen also reich grün und fdp und selbstständigen cdu ja genau von denen was ist von denen zu erwarten vor allen dingen was den sozialstaat angeht soziale wärme jedenfalls nicht sondern das gegenteil soziale kälte bis zum get no grüne interessieren sich sowieso nicht für soziale dinge da ist ein lurch wichtiger als unsere kinder schon klar und für die fdp sind sowieso die kinder von armen sind sowieso die gehören eher zur natur als zu kindern oder die bundesagentur für arbeit die hat jetzt eine studie erstellen lassen weil es reicht ja der armen kinderarmut so ein reicherungsbericht der bundesregion reicht ja nicht aus reicht einfach nicht aus da stehen teilen sachen drin aber erstens wird ja sowieso die hälfte davon gestrichen und zum zweiten kann ja nicht richtig sein was da drin steht oder da stand schon drin dass wir ein echtes problem mit kinderarmut haben glaubt unsere bundesagentur für arbeit also nicht also wird noch mal wieder eine studie gemacht und da steht jetzt drin wir haben ein problem mit kinderarmut und zwar ein gewaltiges problem mit kinderarmut und zwar ist es so dass 21 prozent der kinder in deutschland mehr als jedes fünfte kind über eine spannende von mindestens fünf jahren dauerhaft oder wiederkehrend in einer armutslage ist das bedeutet fünf jahre und länger das heißt ungefähr ein drittel mindestens ein drittel ihres ihrer 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 kindheit verbringen diese kinder in armut natürlich prägt das das prägt und zwar jedes fünfte kind noch mal zehn prozent kommen da oben drauf die eben weniger als fünf jahre haben das sind dann die kinder von eltern die arbeitslos werden in hals vier fallen und dann vielleicht irgendwann dann doch mal wieder rauskommen indem sie einen einen job annehmen der deutlich unter bezahlt ist unter dem von denen sie vorher hatten 21 prozent von wem ist diese stiftung auch das ist auch also wie soll es ausdrücken also erstmal von wem ist diese stiftung von der diese diese studie von der bertelsmann stiftung und da muss normalerweise bei jedem aufgeklärten menschen in deutschland sofort die alarm sirene losgehen bertelsmann stiftung wofür stetig werden die bertelsmann stiftung normalerweise hart 4 das kommt von der bertelsmann stiftung haben wir hart der bertelsmann stiftung zu verdanken die grundsachen davon sind dort entwickelt worden nicht harz bin ich peter harz das kommt von der bertelsmann stiftung gegründet von gegründet ist diese stiftung von reinhard mohn und zwar vor allem deswegen um steuern zu sparen angeblich gesellschaftsunternehmenspolitische motive blablabla das war ein steuersparen des dings der stern das ist mohn wertertsmann so wofür ergeblich sind sie ja so parteineutral blablabla wenn man sich da wirklich mal anguckt wofür diese stiftung in den letzten 25 jahren gestanden ist wirtschaftsliberalität bis zum geht nicht mehr neoliberal bis zum geht nicht mehr die ist in einer linie zu nennen wie initiative neue neue soziale marktwirtschaft und stiftung marktwirtschaft das ist ein lobby bis zum geht nicht mehr die haben sind einen ganz großen anteil an privatisierung insbesondere im gesundheitswesen das da haben die richtig daran verdient ja die sind nämlich an den rhön kliniken nämlich auch noch beteiligt der bertelsmann supergeil profitieren treiben die bundesregierung dahin diese ganzen kliniken zu privatisieren und profitieren selber davon indem sie die sachen dann bekommen günstig und die bundesregierung stützt sich auf studien der bertelsmann stiftung supergeil oder also die stehen für privatisierung neoliberalität und vor allen dingen halt auch für sozialabbau hartz 4 dafür steht die bertelsmann stiftung so wenn diese stiftung jetzt tatsächlich eine studie heraus gibt und deren stiftungsvorstand sagt kinderarmut ist in deutschland ein dauerzustand wer einmal arm ist bleibt lange arm zu wenige familien können sich aus der armut befreien das sagt das sagt die bertelsmann stiftung dann weiß man wie scheiße ist und deutschland steht der ist nichts mit vom wegen deutschland geht es gut uns ging es so gut wie noch lange nicht mehr nee das heißt dir geht es so gut und die geht es so gut wie lange nicht mehr aber du bist nicht der nabel der welt du schrulle ganz wichtig ist die vererbung von armut das heißt aus armen kindern werden arme erwachsene und diese armut prägt diese kinder eben halt auch ganz stark uhrich schneider der hauptgeschäftsführer des parathetischen gesamtverbandes sagt es ist einfach beschämend wie viele kinder in diesem reichen land in armut aufwachsen wir reden hier von millionen von kindern die ausgrenzung und mangel tag für tag als normalität erfahren dort eine unbeschwerte kindheit genießen zu dürfen es ist ein unglaubliches armuts und gesellschaftspolitisches versagen dass diese zahlen ausdrückt und hey es die sdp harz 4 ist eure scheiße und ihr wählt wieder so ein seeheimer wichser als 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 generalsekretär ihr könnt euch da gleich zustellen zu den vier affen parteien da oben an der spitze mann 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 ey schneider sagt auch außerdem wir werden die kinder auch mit noch so vielen bildungsprogramm niemals aus der armut heraus bekommen genau das geigelernen ist ja erstmal zweitrangig und der klavierunterricht schön dass es sowas gibt aber erst mal und viel wichtiger wäre wenn die finanzielle situation der gesamten familie verbessert wird denn es gibt keine armen kinder ohne die armen familien und man muss sich nicht glauben dass die eltern da schön auf der faulen haut liegen und also quark was das ist natürlich auch so neoliberale fdp scheiße die dann erzählt wird und auch von genug grünen erzählt wird die meisten eltern hungern lieber bevor sie ihre kinder hungern lassen und trotzdem ist es so dass diese kinder natürlich mitbekommen wie krank das in deutschland ist hier mit der förderung von kindern das sieht man alleine am kinder geld ja also jetzt wir haben 2017 gibt 192 euro kinder geld jedes jahr geht es um zwei euro rauf das ist immer eigentlich ein prozent von inflation wird natürlich jedes jahr im grunde genommen sogar real weniger 192 euro 2017 wenn man jetzt mal wenn ich was ich jetzt gerade dazu muss ich etwas vom einkommensteuerrecht vorrechnen wir haben 2017 also höchstens die 2016 kann man erst gemacht haben also gehen wir jetzt mal auf die zahlen von 2016 und da gab es 190 euro kindergeld über das gesamte jahr hinweg gesehen 2280 euro für jede familie ne 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 also erst mal wer ist eigentlich arm arm ist die sind die leute arm sind die leute die weniger als 60 prozent des durchschnittlichen haushalts nettoeinkommen zur verfügung haben oder staatliche grundsicherungsleistung beziehen weil das ist ja auch witzig da ist es wenn man weniger als 60 prozent hat dann ist man berechtigt dazu dieser staatlichen grundsicherungsleistungen in kraft in anspruch zu nehmen aber man ist nicht gezwungen dazu die in anspruch zu nehmen gibt leute die sagen ich will nicht aufstocken dass das da schäme ich mich und es gibt auch leute die sagen nee ich will nur weil ich jetzt hier 80 euro wohngeld bekomme dass ich mir nicht irgendwie ständig auf mein konto gucken von der von der stadt und außerdem zum beispiel ist man auch ziemlich schlau wenn man nur 80 euro wohngeld bekommt im monat das genau nicht zu nehmen und zwar genau aus folgendem grund sobald man staatliche leistung bekommt dann wird das aus kindergeld angerechnet das bedeutet eine hartz-4-familie bekommt kein kindergeld natürlich da wird natürlich ein fdp-hansel oder so ein grünen jünger wird natürlich ankommen und sagen na klar kriegen die das wird nur hinten wieder abgezogen aber die kriegen das natürlich also bekommen sie es nicht die haben ob die kindergeld wenn das kindergeld und zwei euro erhöht wird wie jedes jahr interessiert nicht weil weil es wird sofort wieder abgezogen diese diese erhöhung vom kindergeld bekommen die gar nicht mit andere menschen ähnlich bei der rente zum beispiel wenn man zur rente noch eine noch eine die grundsicherung noch beantragen muss kann die kann die rente auch gerne erhöht werden wird die grundsicherung nur weniger die rente ist noch mehr aber die grundsicherung ist weniger bleibt beim gleichen so also die armen um die es hier wirklich geht diese 21 prozent der kinder die bekommen gar kein kindergeld so wenn es jetzt darum geht zum beispiel nur so eine so eine arme familie oder relativ arme familie nämlich eine familie verheiratet ein kind die gerade mal 24.000 euro zu versteuerndes einkommen haben das ist etwas über dem was man so als hartz 4 bekommt als zu versteuerndes einkommen wäre ungefähr 15.000 euro das man zur verfügung hat als verheiratete ich weiß jetzt nicht genau wie viel jetzt noch als kind dazu kommt ich glaube da ist man so dann um die um die 20.000 ungefähr was man dann zur verfügung hat verheiratet mit einem kind und im hartz 4 lebend also verheiratet mit einem kind 24.000 euro zu versteuerndes einkommen das ist nicht das was man brutto also was man tatsächlich ausgezahlt bekommt hat sondern da ist dann auch noch was abgezogen ist zum beispiel die sonderausgaben da sind die außergewöhnlichen belastungen abgezogen der werbungskosten pausch betrag ist abgezogen härtefall sachen sind abgezogen freibetrag für land und forstwirte wird was es nicht nur alles noch so gibt das ist alles schon abgezogen zu versteuerndes einkommen ist 24.000 euro da kommt man relativ einfach hin als verheiratetes paar wenn beide arbeiten ist das relativ schnell erreicht so da ist es aber natürlich ganz klar da kriegt man das kindergeld 2280 euro im jahr zusätzlich und ja gut alles klar so und wenn man wie sieht es dann aus mit 48.000 euro da wird schon interessanter also ne kinderfreibetrag wäre in diesem fall bei den 24.000 euro wäre der kinderfreibetrag 1160 euro ganz klar 1120 euro weniger bei 48.000 euro sieht die sache schon ein bisschen anders aus das liegt daran dass die bei zu versteuernden einkommen mit wenn man einen kinderfreibetrag von 7.284 euro ansetzt ja dann kommt man nämlich zu einer bemessungsgrundlage von 16.752 euro könnt ihr euch alles auch nochmal auf der und ich habe unten den link ja nochmal reingepackt also das ist nochmal die genaue berechnung noch mal mit drin so und das bedeutet man bezahlt keine einkommensteuer und deswegen ist diese diese einkommensteuer die man sonst bezahlen würde von 1160 euro bei 24.000 euro und sowas steuern im einkommen das ist dann halt die ersparnis so bei 48.000 euro da sieht die sache schon etwas anders aus man bekommt auch weiterhin 2280 euro kindergeld die steuerliche ersparnis durch den kinderfreibetrag das ist allerdings 2016 euro da ist schon ziemlich nah beieinander da ist nämlich die ersparnis durch das das bekommt mehr bei dem kindergeld von 2000 entschuldigung 264 euro mehr also klar kindergeld übrigens diese rechnung hier die muss man nicht beantragen und so weiter muss nur kindergeld beantragt haben wenn man die einkommensteuer machen lässt was ja viele gar nicht machen lassen die einfach nur angestellt sind ja dann prüft das finanzamt ob was günstiger ist für einen und das wird genommen so bei 72.000 euro zu versteuerndem einkommen wie gesagt verheiratet mit einem kind das heißt beide verdienen um die 35.000 euro das ist jetzt auch noch nicht so die riesenwelle oder also ich meine das das ist das durchschnittseinkommen so in der richtung etwas mehr als das durchschnittseinkommen da ist es jetzt schon so wie gesagt kindergeld auch weiterhin 2280 euro die steuerersparnis durch den kinderfreibetrag der beträgt aber schon 2408 euro das heißt wird den kinderfreibetrag hat man 128 euro oder zehn euro im monat ungefähr mehr als durch das kindergeld noch mal der kinderfreibetrag ist höher durch den kinderfreibetrag wird das bezahlt man weniger einkommensteuer als das kindergeld wert ist das heißt ne kindergeld bekommt man einkommensteuer muss man eigentlich zahlen man zahlt aber weniger einkommensteuer also hat man das im endeffekt wieder mehr im portemonnaie ganz simpel und zwar bei einem zu versteuerung einkommen von 64.000 euro ist das so ab dem 64.000 euro bei verheirateten mit einem kind ist der kinderfreibetrag wichtiger als das also mehr als das als das kindergeld bei ledigen was ja hier in deutschland ja auch eine ganze menge menschen sind vor allen dingen frauen mit kindern natürlich die in halben jeder hat halbe sorgerecht da ist es so dass bei einem zu versteuerung einkommen von 34.000 euro ungefähr der kinderfreibetrag höher ist als das kindergeld so was sagt der staat damit ganz klar uns sind kinder von reichen und wohlhabenden familien wichtiger und deswegen fördern wir sie auch mehr mit mehr geld als kinder von armen und durchschnittseinkommen die durchschnittseinkommen familie die kriegen halt das diesen einen betrag das ist der ist dann für alle gleich nur wer mehr verdient wenn dann irgendwann mehr verdient der verdient auch mehr das ist genau das gegenteil von dem was diese fdp-hansel immer labern starke schultern tragen hier nicht mehr ne 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 die stärksten schultern also beziehungsweise die diejenigen die am meisten tragen das sind genau die leute die gar kein kindergeld bekommen die sind sowieso schon arm und bekommen dann auch noch mal noch nicht mal kindergeld und die die am meisten haben und je mehr je mehr sie verdienen desto größer wird auch noch dieser steuervorteil den sie erhalten je reicher sie werden desto mehr werden deren kinder vom staat gefördert durch diesen scheiß kinderfreibetrag das ist nicht so alle kinder sind uns gleich wert nein nein die von reichen sind uns deutlich mehr wert und die von armen die interessieren uns überhaupt nicht 21 prozent der kinder leben dauerhaft in armut und dann stellen sich diese schnösel hin und sagen deutschland geht es so gut wie noch niemals ist frechheit sowas ne bodenlose frechheit und so und so und so und und so und